um oder kann ich das nicht jedes Leben wir müssen wir die nächsten aber schön wenn man die hinlegt dass die alle so auf einen stapel geworfen sind das ist super Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich muss wieder was am Körper. Ja, ich sehe schon. Ich sehe schon Zogi. Ich lege dir mal... Weißt du noch das Rezept für die Angel auswendig? Wir brauchen diese falschen Paranüsse. Habe ich. Ich habe Paranüsse gerade gesammelt. Ja, weiß ich auch nicht. Oh, ich müsste das jetzt... Keine Ahnung. Ja, letztes Mal habe ich es... Weil ich hatte jetzt gerade eine schon... Ja, die kann ich hier in die Kisten nicht reinnehmen. Warte mal. Wie war das? Green Hell? Green Hell? Angel. Ein langer Stock, ein Seil, zwei Federn und eine Paranussschale. Ah. Okay. Zwei Federn habe ich. Brauche ich es nur noch einen langen Stock. Ich habe auch noch eine zweite Nuss. Also kannst du dir dann auch eine... Könntest du dir auch eine bauen? Aber ich will die wenigstens mal gebaut haben, was... Um unseren Baum, wo wir drauf wohnen, liegen Paranüsse verteilt. Da habe ich gerade eine gefunden. Tja. Äh, herstellen. So, was habe ich gesagt? Zwei Federn, ne? Ein Seil. Und eine Nussschale. Ah. Das ist eine Angel? Ach, die Tatschmack. Das ist die Angel? Okay. Ah, Tischgräte. Knochenmörgel. Angelfalle? Was ist denn? Angelfalle. Also, was bist du denn hier noch, ne? Angel. Oh, wo waren denn die Fallen? Hier. Also, wenn du einen Holz... Zwei Holzscheit, ein langer Stock, vier Seile und zwei kleine Stöcker, dann hast du eine Angelfalle. Okay. Da brauchst du zum Beispiel auch keine Paranus für. Okay. Vielen Dank. Ich kann mir halt nur nicht vorstellen, dass du wirklich an jeder Stelle angeln kannst. Nee, du musst schon in der Nähe von Fische sein. Die Angel, die ist halt dafür da für die kleinen Fische, die man halt nicht mit einem Speer angeln kann. Die Fischfalle weiß ich nicht, ob die für alle Fische gelten oder wieder nur für die großen. Ja, ich gucke gerade mal, ich will gerade mal gucken. Okay. 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 Das ist ein Mannerschlag. Was ist das? So, das, das. So, was habe ich gesagt? Ah, zu klein. Ach, Quark. Ach, Quark hast du jetzt auch gefunden? Nee. Ich mache es die ganze Zeit verkehrt. Schau mal. Ach, hier. Ich gehe da hin. Ah, hier. Ich gehe da hin. Ich gehe da hin. Ja, ja, braucht sich jemand. Du musst die erst hinstellen. Ah, die müssen wir aus Hinstellung. was er ich sehe nicht so schwer da brauchst du gerade ja gut kann man machen ja dauert so lange kann ich das ding hier hinsetzen warte mal wir sind hier da da kann man machen stimmt ich hatte da ja am anfang auch noch mal eine plattform in gewünscht also ich brauche erst die kleinen die die Da brauche ich nicht. Da brauche ich noch einen kleinen Stock. Ja. Woran sehe ich jetzt, dass die Fische hat? Wahrscheinlich ein Schwimmer. Also das ist die Angelfalle. Und hier, warte mal. Das hier ist die Angel. Hier. Ich schmeiß die mal hin. Hast du es noch frei zum Reinstrecken? Nein. Ja, dann lass ich das. Außerdem ist es dunkel, dann muss er den Schwimmer aussehen. Ja. Ja. Hier bei dem Ding ist es ja auch so, dass das Band bis hier hin geht. Also hier. Hm. Ich weiß noch gar nicht, ob man einen Köldei irgendwo anbringen kann. Ach doch, ganz vorne. Ich habe ganz vorne jetzt eine Larve dran gemacht. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wir haben doch gar keine Gegner. Ich ja. Ist das der Bambusbogen? Nein, das ist ein ganz normaler Bogen. Nein, das ist ein ganz normaler Bogen. Wie macht man denn Knochen-Nadel? Warte mal. Äh. Was denn hier? Knochenhaken. Wie macht man den denn? Angehaken? Das ist glaube ich Knochenhaken und Seil, ne? Weiß ich nicht. Also ich habe den irgendwann mal gebaut. Aber weiß ich nicht. Ah, guck mal. Wenn du die... Na, nächstes... Das ist nicht krass. Die Nadel brauchst, ne? Ja, ja, Nadel habe ich. Daraus machst du den Haken. Genau. Da kannst du dann Haken... Ja, kannst... Herstellen. Ah. Die kann man jetzt noch... Ich habe gesehen, die kann man noch mal erweitern. Zubst du mir gerade wieder meine ganzen Dinger ab? Jetzt wird es nicht. Okay. Oh, die Falle wurde ausgelöst. Ein faulen Barsch haben wir, Marek. Aber ich kann ihn nicht aufheben. Sammeln. Angefalle scharf machen. Ja, cool. Geht. Ein faulen Barsch. Habe ich die nächste Larve reingemacht? Nein. Was? Was? Ja, dann müssen wir was kochen. Feuer! Nein! Feuer aus! Ist dein Herz? Das Feuer ist auch aus, ne? Ich habe meins gelöscht, ja. Ich habe getrocknete Blätter in sich reingetan. Natur. Ja, ich habe auch unterwegs gefunden. Irgendwo liegt auch noch eins in dem Wald rum, weil ich es nicht aufheben konnte. So. Ich glaube... Wo ist das Feuer? Da. Ich glaube, das Fleisch wird auch gar nicht trocken durch den scheiß Regen die ganze Zeit. Ja, habe ich auch so. Weil das ist ja schon ewig alles drauf. Das geht ja gar nicht. Da passiert ja nichts. Jetzt habe ich wieder dieses scheiß Schale aufgehoben. Ja, ja, ja. Hier, trink. Immer noch Energiepilze? Nee, noch nicht. Ach, die müssen wir eigentlich auch sammeln. Oh, das ist, äh, Fleisch. Ja. Äh, benutzen. Shit! Stimmt. Ich habe keine Energie. Ich sollte es lassen mit dem Feuer. Oh. 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 Kannst du bitte Feuer anmachen? Ich habe keine Energie. Wo habe ich denn jetzt mein Fleisch hin geworfen? Da. Hm. Hm? Marek? Ja? Könntest du Feuer anmachen? Ich habe nicht genug Energie. Wollte ich gerade machen. Jetzt legen die Blätter aus meiner Reisheit. Jetzt muss ich wieder aufmachen. den. Ja, ich habe gerade eine. Ja, jetzt muss ich schlafen gehen. Ich kipp gleich um. Ich hoffe, das Fleisch vergammelt mir jetzt nicht. Ah. Scheiße, scheiße, scheiße. So, das sollte reichen. Nein. Mach doch. Warte. So. Die Schale da wieder hinlegen. Ich habe dir aus vor dem Wecker. Römmelt vorhin. Kann ich dich? Nein, kann ich doch nicht. Und dann. Eine Fischsuppe. Müssen wir mal gucken, ob da schon wieder ein neuer Fisch dran ist. Das ging auf jeden Fall eben ganz, ganz schnell. Das Problem mit dem Fleisch ist halt, wenn du da dran gehst, ne. Uh, da hängt schon wieder einer. Habe ich alles eingesammelt? Ja. Das Problem mit dem Fleisch ist halt, das gammelt alles weg, ne. Wenn du das abnimmst. Hm? Ne. Es muss, glaube ich, trocken sein. Da müssen wir einen Überstand bauen. Das Schweden. Also, die Fischsuppe, Marek, hat ordentlich, äh, Protein. Ich weiß. 28. Hier, ich habe gerade noch mal eine Fischsuppe angesetzt. Was für... Der Faunenfisch war's. Ach so, das war die Asche, ne. Oh. Nee, die nicht. Die auch nicht. Mir... Alter. Fischgräten hätte ich auch genug Also bis jetzt beißt hier nur der Faunfisch Warum kann ich dich nicht anfassen, Fischi? Na, jetzt brauchen wir eine neue Leife Weißt ihr vielleicht? Nee, die dreckige Frilze wollen sie nicht, okay Wie sieht's denn hier aus? Nüsse müsste ich essen Ach ja, ich hab mal Kann ich die noch irgendwo hier rein machen? Ja, schon hier nicht Das kann man ja alles nicht Doch Ich hab dir auch mal eine Paranusse in die eine Kiste gelegt Ist halt sehr schwierig mit dem Platz in diesen Kisten Machen wir da auch nochmal eine Fischsuppe Ich hab auch nen Palmherz Was auch immer das bringt Ist es fett? Es ist fett Also ist das was, was so ungesund ist In der Nutella Also noch ungesünder als der Zucker Palmöl, ja Ja, da wird daraus hergestellt Ja, guck mal Fett könnte ich brauchen Dann essen wir das Oh Das Ding hat 45 Kohlenhydrate Fett hab ich jetzt gar nicht gekriegt Ja, aber eigentlich ist es das Eigentlich ja Komisch, ne? Komisch, ne? Paranüsse Aber die müssten doch Ja Die gehen Alter 35% fett Ja, gut Also die Fischfalle funktioniert gut, muss ich sagen Was halt nicht gut funktioniert, ist halt Wie ihr sehen könnt, wir haben jede Menge Fleisch hier auf den Ständern Aber dadurch, dass es dauernd am Schiffen ist Ähm Ja Trocknet es halt nicht Wir können es aber auch nicht runternehmen Weil in dem Moment, wo wir es runternehmen Das ist vergammelt Das Einzige, was ich halt machen könnte Wenn da halt mir die Die Larven und so ausgehen Fürs Angeln Dass ich mir vielleicht ein kleines Stück runternehmen Aber die starten jetzt Jetzt ist ja trocken gerade, ne? Obwohl wir müssen wahrscheinlich warten, bis die Sonne hochgeht, ne? Ein Sie, was wir haben können, ist Unterstandsversuch, da direkt hinzubauen Ja Und das wird, glaube ich Ja Ich meine, das, was hier drauf ist, ist dann wahrscheinlich verloren schon Weil hier können wir, glaube ich, nicht direkt in Unterstandswinzimmern Wo die stehen teilweise Nee, das wird sich gar nicht verliegen Scheiße Oh ja 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 Ja